Welcome to my candy shop! Lollipop habe ich heute leider keinen für dich, aber wie kann ich dir denn behilflich sein? Ja, du hast gehört, dass es bei mir ganz viele außergewöhnliche Süßigkeiten zu kaufen gibt. Ja, da bist du an der richtigen Adresse. Ich werde dir heute einfach ganz fanzige Süßigkeiten zeigen, die du so vielleicht noch nie gesehen hast. Aber wir starten einfach mal mit einer kleinen Erfrischung, okay? Hast du schon mal Fanta Raspberry gesehen? Oder getrunken? Nicht? Oh, dann wäre das aber Zeit. Wie man hier schon sieht, sind da natürlich Himbeeren drinnen. Und ich glaube, wir werden es einfach mal probieren, okay? Okay, good. Okay. Es genistert so schön, oder? Gut. Der erste Schluck ist natürlich fertig. Lecker. Darf ich auch mal probieren? Danke. Sehr, sehr frischend. Wow. Ich stelle es einfach mal hier hin für dich. Gut. Mit was starten wir denn? Hast du Lust auf Kekse? Ja. Wir haben hier Java Kekse. In einer neuen Sorte mit Passion Fruit. Magst du Passion Fruit? Gut. Sehr gut. Möchtest du die auch probieren oder lieber nicht? Lassen wir sie noch zu. Okay. Gut. Was haben wir denn hier noch für dich? Hier. Wir haben hier Cream Egg Twisted. Kennst du die? Hast du die schon mal gesehen? Nein? Ich auch nicht. Aber wir werden die einfach gemeinsam probieren. Okay. Die sind nochmal einzeln verpackt. Die sind nochmal einzeln verpackt. Okay. Die sehen so aus. Du kannst natürlich mal probieren. Lecker? Okay. 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 Ich werde einfach auch mal probieren. Ich werde einfach mal probieren. Ah, aus... Wie schlecht. Du kannst mich komplett mit dem Stückchen. Ja. Wie schlecht. Ich werde wahrscheinlich nicht. Ich werde auf die Arbeienchen. Ich werde auf die Arbeienchen. Sie werde einfach mal kaufen. Warst du noch ein bisschen zu süß, oder? Was für eine Punkteanzahl würdest du geben? Ich würde so eine 6 bis 7 geben. Sie sind zwar mega lecker, aber sehr süß. Soll ich sie dir trotzdem einpacken? Gut, dann machen wir mit etwas salzigem Meidau. Hier haben wir Mighty Munch. Hot and spicy. Magst du es eher scharf oder bist du so der süße Typ? Ich auch, ja. Möchtest du wieder probieren? Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Also, die riechen schon sehr, sehr scharf. Und die sehen so aus. Was ist das? Hier für dich. Scharf. Okay. Ich koße einfach auch mal. Ja. Ja. Die sind scharf. Die Schärfe kommt erst so im Nachgang beim abklingen. Aber es ist eine angenehme Schärfe. Es ist nicht zu scharf, aber es ist auch nicht zu mild, oder? Die packe ich dir ein, oder? Okay. Sehr gut. 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 Ja. Was haben wir hier? Hier haben wir Mars mit Caramel Sand. Hast du schon mal sowas gegessen? Auch nicht. Okay. Auch nicht. Ich bin gespannt, ob das wirklich so aussieht wie hier auf der Verpackung. Ist ja meistens nicht der Fall, oder? Ja. Ich würde mal die Packung aufbauen. Okay, also der Cookie, der Cookie sieht so aus und man sieht dahinter sogar ein bisschen, siehst du das? So, dein kleiner Flüssigkern, ich werde den mal einfach auseinanderbrechen, okay? Okay. Ah, yes. Also, flüssiger Kern ist am Start. Ja, bitteschön, deine Hälfte. Ja, kann man mal machen. Ich glaube, ich habe mir gewünscht, wenn der Keks an sich ein bisschen crunchiger wäre. Ich glaube, dann ist dieser Genussmoment irgendwie noch intensiver. Der Cookie ist halt mega soft, aber ist nicht schlecht, oder? Genau. Soll ich da auch einpacken, oder? Ja, gut. Es steht ja bald Ostern vor der Türe. Und da haben wir Happy Easter Maynats Passets. Ich glaube, das sind so kleine Küken. Welche Farbe würdest du denn gerne probieren? Wir haben hier Lautverpackung Grün, Rot und Orange. Okay. Okay. Ich glaube, ich möchte ein grünes probieren. Ich glaube, ich möchte ein grünes probieren. Das sieht ein bisschen sehr dunkel aus, oder? Warte mal. Ah, nee, da gibt's. Es gibt mehrere Sorten. Siehst du? Ja. Okay. Ich probiere mal. Trotzdem das grüne. Siehst du? Ja. Siehst du, sehr, sehr süß. Und dieses noch. Also die sind auch sehr, sehr süß. Aber lecker. Also ja, für Ostern ist das glaube ich eine gute Idee, oder? Gott. Und dann haben wir eine Fun Hopknobs-Chocolate-Brownie-Flaver-Cookies. Das sind halt richtig gute Geräusche, oder? Oh, die riechen mega, die riecht richtig richtig lecker. Sieht auch fast ein bisschen gesund aus, aber nur faszinierend. Und die Fanta sprudelt auch noch einmal faszinierend. Herst du sie? Ich glaube, das ist auch ein bisschen so Hafer-Cookie-mäßig. Aber jetzt mal ein Abbau. Und gut. Okay. Da sind sogar so kleine weiße Schokostücke drin. Also der hat eine 10 von 10 verdient. Mega crunchy. Zwar süß. Zwar süß. Aber nicht zu süß. Und ja, irgendwie. Alle Komponenten spielen einfach richtig, richtig gut mit. Ja. Gut. Und wir haben nur mal eine Sache. Tire-Rings. Kennst du Tire-Rings? Oriental Spice-Flavor. Oh, da ist sogar ein Drache drauf. Oh, da ist sogar ein Drache drauf. Möchtest du auch probieren? Okay. Die sehen so aus. Riechen auch wieder ähnlich wie die anderen. Ja. Schmeckt okay. Hat ein bisschen was von Ketchup. Nachgeschmack. Ich weiß auch nicht warum. Aber. Ja. Kann man lassen. Die anderen sind ein bisschen intensiver. Aber möchtest du beide haben? Ja. Okay. Dann packe ich sie dir einmal beide ein. Okay. Gut. Dann war es das auch schon eigentlich. Und eigentlich hast du einen Favorit. Auch diese Cookies. Ja. Meine auch. Weißt du was? Ich packe dir einfach alle Süßigkeiten ein. Und dann kannst du es dir mega schmecken lassen. Wenn du möchtest. In einem Monat bekomme ich wieder eine neue Lieferung. Und wenn du Lust hast, kannst du dann gerne wieder vorbeischauen. Und wir sehen mal, ob da etwas für dich dabei ist. Oder nicht. Hast du darauf Lust? Ja. Sehr gut. Dann freue ich mich auf dein Wiedersehen. Und komm, guten Herzen. Tschüss.